Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer meine Frau Jenny. Hallo zusammen auch von meiner Seite. Heute in dieser Folge seid ihr richtig, wenn ihr gerne mal in den Sommerferien oder überhaupt in den Ferien an einen Ort oder an verschiedene Orte fahren wollt, wo ihr wirklich nichts tun könnt, wo ihr einfach nur relaxen könnt, wo ihr ein wundervolles Wetter habt, tolle Strände, Ruhe, Zeit und einfach nur chillen könnt, um in Jugendsprache zu sprechen. Dann seid ihr hier genau richtig und davon wollen wir heute berichten. Wir waren nämlich in den Sommerferien in Griechenland. Und zwar auf dem Peloponnes. Genau. Viele von euch kennen ja vielleicht griechische Inseln, die kannten wir auch schon, zumindest einige davon. Es gibt ja tausende. Aber was wir noch nicht kannten und das haben wir in diesem Jahr entdeckt und darüber berichten wir euch heute. Urlaub auf dem Peloponnes, auf dem Festland. Travellisto. Der Reisepodcast für aktive Familien. Mit Jenny und Andi. Ja, es liegen die Sommerferien schon wieder ein paar Wochen zurück. Die Schule hat angefangen. Wir sind wieder im ganz normalen Alltagstrott. Und trotzdem erinnere ich mich gerne noch zurück an diesen Urlaub in Griechenland auf dem Peloponnes. Wir mussten ja vorher nochmal gucken, heißt es dem Peloponnes, also der oder die oder das? Ich glaube, das hat keiner vermutet. Nein, also der Peloponnes. Und es war tatsächlich dieses Jahr für uns eine schwere Geburt, weil wir uns nicht so recht entscheiden konnten und irgendwie ja nicht so richtig unser perfektes Urlaubsziel gefunden haben für die Sommerferien. Das ist ganz ungewöhnlich, kennen wir gar nicht. Bestimmt. Also was klar war, das hatten unsere Jungs nach unserem letzten Sommerurlaub in Japan sehr deutlich formuliert. Da waren wir in einem etwas zu kleinen Campingbus unterwegs und da hatten sie bitterböse geschimpft, zu Recht. Und gesagt, das wollen sie nicht mehr und sie wollen auch nicht mehr rumfahren und sie wollen einfach mal einen Urlaub haben, wo man nicht ständig weiterziehen muss, sondern an einem Ort ist und sich einfach mal wirklich entspannen kann. Also das war so die Prämisse. Das war klar und wir haben gedacht, ja, eigentlich mögen wir es gerne, wenn man so Roadtrips macht und mal hier und mal da ist. Auf der anderen Seite dachten wir, okay, ist eigentlich auch mal schön, so ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir hatten zweieinhalb Wochen und haben gedacht, okay, zweieinhalb Wochen nur an einem Ort, das konnten wir uns dann irgendwie auch nicht so richtig vorstellen. Und haben dann so einen Kompromiss geschlossen und gesagt, okay, dann zumindest zwei verschiedene Orte. Nur die mussten wir erst mal finden. Genau und die wollten wir zunächst auf Sardinien finden. Ja, stimmt. Und haben dann auch geschaut und ja, es war halt klar, dass wir entweder hinfliegen oder mit dem Auto fahren und dann da vor Ort eine Unterkunft suchen, beziehungsweise die vorher buchen. Und das ist uns tatsächlich sehr schwer gefallen, weil, ja, keine Ahnung, wir auch nicht bereit waren für irgendwelche mittelmäßigen Unterkünfte. Und das haben wir halt, da haben wir ganz viele gesehen. Irgendwie, weiß ich nicht, 3000 Euro die Woche für auszugeben. Das war irgendwie, passte halt alles nicht. Wir haben dann sehr schöne Ferienhäuser gefunden, die aber auch unglaublich teuer waren. Und eigentlich wollten wir auch kein Ferienhaus. Also wir haben gedacht, wir wollen uns entspannen und wenn man dann die ganze Zeit sich um Essen beschaffen, zubereiten, abräumen und so weiter beschäftigen muss, das wollten wir eigentlich auch nicht. Nee, wir wollten entspannen, wir wollten nach Möglichkeit entweder dort essen gehen oder, das heißt, die Unterkunft zumindest Frühstück bietet und wir dann abends irgendwo essen gehen oder vielleicht gibt es ja doch Halbpension. Keine Ahnung, also wir haben halt irgendwie, ja, bestimmte Wünsche gehabt und wir haben gesucht und wir sind aber nicht fündig geworden. Alles das, was wir gefunden haben, waren so, wie gesagt, eben so Mittelklasse-Unterkünfte, wo man sagt, also willst du dafür so viel Geld ausgeben? Also wenn, dann muss ich auch irgendwie lohnen. Und irgendwie war das ganze Gesamtpaket nicht zufriedenstellend. Also Mittelklasse klingt ja eigentlich noch ganz, das wäre noch gut gewesen, aber manche Unterkünfte, die absurd teuer waren, die sahen wirklich auf den Fotos so aus, als hätte da jemand so seinen Sperrmüll reingestellt. Also das war nicht wirklich einladend und dann hatten wir auch das Gefühl so, oh nee, dann ist das da so überlaufen und die Ferien waren ja für NRW-Verhältnisse dieses Jahr auch spät. Dann haben auch alle Italiener schon Ferien, machen da selbst Urlaub und dann ist das so total überfüllt. Und das hat uns irgendwie abgeschreckt, sodass wir dann nochmal umdisponiert haben. Ja, wir haben noch so einen Reset-Knopf gedrückt und haben gesagt, komm, lass uns nach Griechenland fahren. Und wir hatten schon die ganze Zeit mal überlegt, auf den Peloponnese zu fahren. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann gucken wir da einfach mal. Und dann, ja, war das Ziel, dass wir nach Athen fliegen und dann irgendwo da auf den Peloponnese eine Unterkunft suchen. Und da hat wieder die alte Taktik funktioniert. Wir sind einfach mal bei Google Maps losgezogen und haben geguckt, wo es schön ist und ob es da irgendwo eine kleine, feine Unterkunft gibt. Und die haben wir gefunden. Mit schönen Stränden in der Nähe. Genau, die haben wir gefunden. Eine Unterkunft, auf die wir gleich kommen werden, an einem sehr einsamen Strand, abseits des großen, der Touristenmassen. Also sah sehr beschaulich aus. Und dann haben wir aber gesagt, wir brauchen noch irgendwas, wo es noch ein bisschen mehr los ist. Und dann haben wir einfach nochmal geguckt und haben ein kleines, feines Hotel in einer kleinen, feinen Stadt oder einem Ort gefunden. Und da sind wir hin. Und ich muss sagen, es war genau richtig, weil es war ein totaler Volltreffer. Und jetzt können wir richtig in die Episode starten. Genau, also schwere Geburt abgehakt. Genau. Ich wollte noch einen Satz zu der schweren Geburt. Wir hatten schon erst auf Inseln geguckt, weißt du noch? Und dann haben wir aber gedacht, naja, dann klar ist das total schön und romantisch, da mit der Fähre hinzufahren. Aber wenn du dann auf so einer Insel sitzt und hast da kein Gefährt, um dich von A nach B irgendwie fortzubewegen und sitzt da so total einsam. Das ist vielleicht zu zweit schön, aber mit den Jungs ist es vielleicht dann doch zu einsam oder dann kommt man da irgendwie nicht weg. Ja, die hätten auch Roller mieten können, hätten die Jungs sogar gut gefunden. Aber das war alles so. Irgendwie hat das nicht gepasst. Da fehlt die Leichtigkeit an der ganzen Geschichte. So, und Peloponnes ist wirklich toll. Also ich wusste das nicht. Die Anreise ist einfach, wenn sie funktioniert, aber da kommen wir später zu, von Athen aus. Und wir haben da einfach total Glück gehabt und da zwei Orte gefunden, die einfach toll waren. Genau, wir sind in Athen gelandet. Wir haben uns einen Mietwagen geholt für die ganze Zeit, damit wir einfach mobil sind. Das ist auch sehr zu empfehlen, weil sonst wird es wirklich schwer, da irgendwie voranzukommen. Und dann sind wir weitergefahren. Von Athen aus nach Tolo. Das war der erste Ort. Und das war tatsächlich so. Also wir kannten den Ort nicht, haben noch nie davon gehört und haben einfach nur ein schönes Hotel gefunden. Da war ein Ort in Strandnähe. Also der Ort war am Meer. Und dann haben wir gesagt, komm fahren wir hin. Warte ich nicht, sind wir anderthalb Stunden, zwei Stunden gefahren. Ja, zwei würde ich auch sagen. Also nicht so weit von Athen. Das ist in der Nähe von Navplio, kennt man vielleicht oder hat man vielleicht schon mal gehört, ist so eine Hafenstadt, die ein bisschen bekannt ist. Und ganz in der Nähe ist eben Tolo. Da sind wir angekommen. Also ich gebe zu, ich kannte Navplio vorher nicht. Ich oute mich jetzt einfach mal. Was ich aber wusste ist, Peloponnes, das sind so vier fingerartige Gebilde. Und Tolo ist auf dem östlichsten Finger, auf der Innenseite. Deswegen ist es auch so ein bisschen geschützt, die Bucht. Und das ist eben der Finger, der am nächsten an Athen dran ist, sozusagen. Und deswegen war die Reise auch nicht weit von Athen. Dort sind wir untergekommen in einem kleinen, feinen Hotel. Ja, es war gut. Ja, war gut und hatte vor allem Pool. Genau. Das war auch ein Auswahlkriterium, dass wir gesagt haben, okay, von den zwei Standorten wünschen wir uns zumindest einen Ort mit, auch wenn es ein kleiner ist, ein Pool. Pool, dass man so ein bisschen Abwechslung hat vom Meer, wenn man irgendwann genug vom Salzwasser hat, dass man dann auch am Nachmittag oder andersrum am Vormittag auch mal so ein bisschen am Pool sich nochmal abkühlen kann und da auf den Liegen rumhängen kann. Und das war auch ganz gut, dass wir den hatten. Und die andere Vorgabe war, zumindest Frühstück, das gibt es tatsächlich selten. Also ganz viele Unterkünfte bieten das nicht an und diese Unterkunft bot es an. Und dann haben wir gesagt, da gehen wir hin. Und die dritte Anforderung war, es muss ein Ort in der Nähe sein oder es muss ein Ort sein. Und wir hatten ja überhaupt keine Vorstellung. Und ich erinnere mich noch, wir sind da angekommen, alle Sachen ins Zimmer gelegt. Wir hatten so ein Familienzimmer, also zwei Schlafzimmer, eine Küche und einen schönen großen Balkon. Ein Apartment eher, ne? Ja, mit Blick auf das Meer und die Bucht. Und dann sind wir so, weiß ich nicht, fünf Minuten gegangen, so den Berg runter, so eine kleine Straße, links und rechts schon so Gebäude. Und da muss man sich das so vorstellen, das ist eine große, breite, langgezogene Bucht. Und da gibt es eine Straße, die entlang der Bucht führt. Und da sind halt, wie so eine kleine Promenade oder so ein Boulevard, da sind halt viele Geschäfte. Also es ist ein bisschen Leben, aber auch nicht übertrieben viel. Und dann sind wir an den Strand gekommen und haben da erstmal was gegessen. Und das war so der erste Wow-Effekt, als wir da ankamen am Strand, ne? Ja, und der Strand ist, also der ist total außergewöhnlich, weil der nämlich die Besonderheit hat, ganz, ganz schmal zu sein. Also der ist an manchen Stellen gerade mal zwei Meter breit. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ist ja total doof, so ein schmaler Strand. Nee, gar nicht. Das war irgendwie so außergewöhnlich und das wirkte so heimelig und so gemütlich irgendwie. Und dann sind da überall Tavernen an dem Strand, die ihre Tische auf diesem Strand, also im Sand stehen haben. Und man geht da essen, sitzt da barfuß im Sand und es ist einfach total gemütlich. Kinder sind noch im Wasser, kommen dann, wenn das Essen auf dem Tisch ist, aus dem Wasser raus, setzen sich dazu. Die Leute sitzen da zum Teil in ihren Strandklamotten, aber es hat irgendwie sowas total gemütlich, relaxedes. Und dann sitzt man da und guckt auf, da sind so zwei vorgelagerte Inselchen, also wirklich so richtig kitschig geht die Sonne so langsam unter. Da sind so überall Lichter, überall Bötchen, die da im Meer liegen. Das Wasser ist noch total warm, die Luft auch. Und dann sitzt man da und bestellt sich seinen Tzatziki, griechischen Salat, Andis Lieblingsgericht, Fried Squid. Hast du, glaube ich, jeden Tag gegessen? Tintenfisch, genau. Hast du geschafft, ne? Jeden Tag hast du es gegessen? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich jeden Tag einen griechischen Salat gegessen. Das war auch sehr, sehr lecker. Frisch gepresste Orangensäfte und dann sitzt man da mit Blick aufs Meer und genießt den Abend. Ja, das ist so abgefahren. Also ich habe eben das Wort Promenade in den Mund genommen, was natürlich falsch ist, weil es gibt keine Promenade. Die Häuser gehen quasi direkt an den Strand und dann, wie du sagtest, die Tavernen haben dann teilweise Tische und Stühle im Sand. Und dann sitzt du da und ich fand es total abgefahren. Du bestellst das Essen, es ist total lecker, du guckst nach links und da sind zwei, drei Meter neben dir sind die Leute im Wasser. Das Wasser kommt teilweise bis an den Tisch heran. Und dann war dann der erste Abend, die Abenddämmerung, Sonne geht unter, der so richtig schön kitschig roter Himmel. Und dann guckst du auf diese beiden Inseln, also eine ganz kleine Insel, da ist eine Kirche drauf. Und die ist auch so mit so Lichterketten so behangen und die leuchtet dann. Das ist total wie ein cooler Ort und wir dachten, wow, richtig cool. Hier sind wir genau richtig, obwohl wir eigentlich gar keine Ahnung hatten, wo wir landen. Es hätte auch komplett in die Hose gehen können, weil wir so einen Halligalli-Ort hatten. Und das war einfach ein Volltreffer. Man muss auch mal Glück haben. Und ich habe dann auch gedacht, komisch, dass der nicht irgendwie berühmter ist, dass man noch nie was von diesem Ort gehört hat, weil der einfach so wunderschön ist und so besonders. Und ja, da haben wir, ich glaube, zehn Tage, nee, Quatsch, am zweiten Ort waren wir zehn Tage. Da waren wir eine Woche, genau eine Woche. Die ging sehr schnell rum. Also viel gemacht haben wir nicht, aber das war ja auch die Vorgabe. Man konnte allerdings auch nicht so viel machen angesichts der Temperaturen. Also es war so im Schnitt 37 Grad warm. Da warnen wir euch mal so ein bisschen vor im Juli. Also man muss es schon warm mögen und Hitze einigermaßen abkönnen. Es ging. Also wir haben uns schnell dran gewöhnt. Nur was eben nicht ging, waren, kommen wir gleich nochmal zu, so größere Ausflüge oder so Städte besuchen oder so. Da hatten wir wirklich gar keine Lust zu. Es ging, wenn man eben die meiste Zeit im Wasser verbracht hat und vor allem im Schatten, dann war es gut auszuhalten. Das ist ja tatsächlich ein Thema, also diese Hitze und die Hitzewelle in Europas Süden. Das haben ja auch viele gesagt, als wir erzählt haben, wir fahren nach Griechenland, so was habt ihr nicht mehr alle. Aber man muss dazu sagen, also wir können es eigentlich ganz gut abhaben. Ich habe aber auch Verständnis dafür, dass viele Leute sagen, im Sommer ist uns das einfach zu heiß. Wir gehen eher so Richtung Norden und da fängt der Norden schon an mit, weiß ich nicht, Nordfrankreich oder bis hin nach Skandinavien. Aber wir mögen das halt und aber auch nur, weil es dann auch klassischer Strandurlaub ist, weil ich glaube, sonst hält es wirklich nicht aus. Und man kann sich dann einfach da in das Wasser legen, was total angenehm ist. Es ist wirklich türkis, der Sand ist weiß, es ist wirklich wunderschön und dann hält es aus. Und ich muss aber sagen, so ganz untätig waren wir nicht, weil also ich zum Beispiel, ich kann jetzt auch nicht den ganzen Tag am Strand liegen, da fällt mir irgendwann die Decke auf den Kopf oder weiß ich nicht, der Sonnenschirm. Also wir haben zum Beispiel, die Jungs haben sich eine Angel gekauft, dann sind wir angel gegangen. Wir haben immer so einen guten Spot gesucht, war gar nicht so einfach, weil so am Strand, wenn da irgendwelche Leute rumdümpeln im Wasser auf ihren Luftmatratzen oder schwimmen, kannst du da halt nicht angeln. Das war so ein kleiner Hafen, da haben dann die Jungs da ihre Angel ins Wasser geworfen. Ich meinte so Ausflüge, also das haben wir einmal gemacht, weil da nämlich direkt in der Nähe Epidaurus ist und das ist wirklich toll, auch bei 37 Grad. Nur wir hatten schon vorher so ein Deal mit den Jungs, okay, wenn wir da hinfahren, das ist so ein total gut erhaltenes Amphitheater und noch so ein paar andere Dinge, so eine Rennbahn und so weiter. Und wir haben schon gesagt, so ja, okay, wir fahren da wirklich nur kurz hingehen, da einmal kurz durch, dann fahren wir wieder. Das war wirklich eine Riesendiskussion und also sowas, da kannst du einmal durchlaufen, aber man kann auch nicht sagen, man fährt morgens hin, weil dann ist es noch kühl oder man fährt abends hin. Dann ist es schon wieder kühl, es kühlt sich nicht ab und es ist auch schon morgens heiß und die Sonne knallt. Und das meinte ich damit, also Ausflüge, größere Ausflüge, klar, lagen wir jetzt nicht den ganzen Tag nur am Strand, das meinte ich nicht. Dabei ist es auch sehr verlockend, weil es da einfach unheimlich viele berühmte und bekannte Orte der Antike gibt. Sparta, Olympia, ich weiß nicht, Korinth, da gab es unheimlich viele Orte, aber das, wie du sagst, es war dann auch okay und Epidaurus, das war in der Nähe, da sind wir eine halbe Stunde, glaube ich, hingefahren. Ja, ungefähr, würde ich auch sagen. Und es ist ein sehr imposantes Amphitheater und ich fand es ganz spannend, wir haben da eine österreichische Familie getroffen, die haben sich da Karten gekauft, denn es gibt in den Sommermonaten und auch generell, wird es halt eben als Auftrittsort, als Konzertort, Theaterort genutzt. Dann kannst du halt abends, wenn die Sonntag gegangen ist, im Dunkeln, da eine Aufführung oder eine Theateraufführung sehen oder Konzerte und das muss so ganz toll sein und die waren halt da, haben es erzählt und Bilder gezeigt, also es war nicht schlecht. Aber ich glaube, die haben ein griechisches Theaterstück gesehen und sind dann zur Pause gegangen. Ja, da gab es mal englische Untertitel, aber ich meine, klar, irgendwann wird es dir dann vielleicht doch ein bisschen langweilig. Also mir hat es auch gereicht, das tagsüber einmal anzugucken. Ich fand das sehr beeindruckend, wie gut das erhalten war und das ist 300 Jahre vor Christus erbaut worden und ich habe mich wirklich gefragt, wo kamen denn damals schon so viele Menschen her, um das zu füllen? Genau, ja. Warm, die Luft aber nicht mehr so heiß und da gibt es wirklich auch andere tolle Sachen, wie du gerade sagtest, Anni, also zum Beispiel Navplio, den Ort sich anzugucken oder die versunkene Stadt, das alte Epidaurus in der Nähe. Schade, das haben wir erst hinterher gecheckt. Das muss schon toll sein, ja. Das ist, kann man schnorcheln. Erklären, genau, es ist eine Ruinenstadt im Wasser. Im Wasser, aber im seichten Wasser, also man kann da schnorcheln und da stehen noch die Grundfesten des alten Epidaurus, also es gab wohl noch eins vor diesem und das sieht einfach total schön aus, die Bilder und wir haben es aber irgendwie erst hinterher gecheckt, dass das da direkt in der Nähe ist und dann waren wir schon leider weitergezogen. Also wir kommen nochmal wieder. Ja, und wir haben zumindest dann diesen Ausflug nach Epidaurus genutzt und dann auch im Rückweg nochmal ein paar andere Buchten auszukundschaften. Und da gibt es halt einfach total schöne Strände und das ist auch teilweise abseits der Orte, wo du dann halt so Naturstrände hast, da stehen so ein paar Hütten. Manche haben da so ein bisschen Halligalli mit Musik und so Beachbar mäßig, aber es war alles insgesamt echt entspannt. Und was du halt sagtest, der Vorteil, also das haben wir insgesamt da gemerkt, es war jetzt überhaupt nicht überlaufen. Es waren viele griechische Menschen unterwegs, also Einheimische, die da Urlaub gemacht haben. Dann so, wir haben teilweise die Sprache nicht wirklich identifizieren können. Wir nehmen an, es waren so Balkanländer. Ja, der Nummer still danach zu urteilen schon. Genau, wir haben sehr wenig deutsche oder sonstige westeuropäische Touristen da angetroffen. Und dementsprechend haben wir auch ganz viele Orte gefunden, wo es einfach nicht überlaufen war. Und vielleicht ist es dann halt, das ist dann der Vorteil, dass es vielleicht manchen oder vielen zu heiß ist. Also wir, ich fand es passte für uns. Es war genau das Richtige, weil wir uns einfach nochmal erholen wollten. Aber wenn du ein bisschen was machen willst und das ist tatsächlich so, das ist so verlockend, weil du hast halt einfach total viele Möglichkeiten zusätzlich, vielleicht dann, wie du sagtest, im Herbst. Also was wir gemacht haben, haben wir eben schon ein bisschen berichtet. Wir waren am Strand, die Jungs haben da versucht zu angeln, was natürlich nicht geklappt hat, aber Spaß hatten sie trotzdem. Dann war in Tole so ein Stückchen abseits des Ortes oder zumindest des Ortsteiles, wo wir waren, konnte man so ein bisschen am Strand lang gehen. Da war so ein Wasserspaß, Hüpfburg, Paradies im Wasser. Also es klingt jetzt schlimmer, als es war. So, ne, zahlt so ein bisschen Eintritt und dann waren so Rutschen und konnte man da von so Türmen runterspringen. Die Jungs hatten da jedenfalls Spaß. Und für uns war es ganz schön, weil überall man so Liegen mieten kann. Erstens hat man da eine Liege und zweitens vor allem den Schatten, was noch wichtiger ist. Manche Leute stellen sich die Liegen auch, das fand ich irgendwie ganz lustig, das habe ich vorher noch nie so gesehen, ins Wasser, also dass sie so im seichten Wasser auf der Liege im Wasser rumdümpelten. Und ja, ich bin da auch viel geschwommen. Also die Bucht ist ganz lang gezogen, kann man wirklich wie seine Bahnen ziehen zwischen so Stegen und zwischen Bötchen hindurch. Das war richtig toll. Apropos Bötchen, das haben wir zweimal gemacht und zwar, wir haben uns ein Boot gemietet. Und das war wirklich klasse, weil es war so ein kleines Boot mit einem Sonnendach. Und dann sind wir da losgefahren, kannst du da einfach am Strand, da gibt es so zwei, drei Anbieter und das Ganze kostet 15 Euro die Stunde. Ja, das muss man echt mal dazu sagen. Also finde ich wirklich absolut fair. Das war so günstig. Das war da so inklusive Benzin und so weiter. Und dann sind wir halt einfach so ein bisschen da rumgeschippert. Da ist eine etwas größere vorgelagerte Insel. Die haben wir dann beim ersten Mal einmal umrundet, um dann auf der Rückseite zu einer einsamen Bucht zu kommen. Die war schön gelegen. Einsam war sie nur, weil dieser Insel grundsätzlich nicht bewohnt ist. Aber natürlich lagen da auch ein paar Yachten und sowas war völlig okay. Dann sind wir dann da vor Anker gegangen und das war halt einfach schön. Dann sind wir ins Wasser gesprungen vom Boot, einfach Köpper oder Salto. Die Jungs ins Wasser, haben unsere Schnorchelsachen ausgepackt und sind da einfach so, weiß ich nicht, eine Stunde oder so in dieser Bucht geblieben und haben da einfach das genossen und uns quasi als Kapitäne und Seefahrer da einfach mal festgemacht und die Zeit genossen. Und das haben wir dann am Ende nochmal gemacht, weil es einfach so schön war und war jetzt auch echt eine willkommene Abwechslung zum Strand und Pool. Ja und so gingen die Tage ins Land. Wir haben lecker gegessen und auch das ist in Griechenland wirklich extrem günstig für sehr frisches, sehr leckeres Seafood zum Beispiel am Strand. Also das war wirklich toll. Da saßen wir da und wir hatten da irgendwie so ein Lieblingslokal, wo wir dann immer wieder gelandet sind. Die hatten irgendwie die beste Karte, den nettesten Service und dann saßen wir da jeden Abend. Und die haben schon, ah da seid ihr ja wieder. Und dann saßen wir da direkt am Strand. Das war einfach unglaublich schön. Der Milan hat dann immer die Lammkeule gegessen. Das war aber auch das teuerste von der Karte für zwölf Euro oder so. Also unglaublich. Also man kann so im Schnitt sagen, wir sind dann, manchmal waren wir Mittagessen, manchmal abends. Manchmal auch beides. Ja, manchmal auch beides. Und wir haben so, ich fand das schon ganz, ganz fair, also zwischen 40 und 60 Euro so pro Mahlzeit ausgegeben. Und wie gesagt, da war halt mindestens, also ein Griechischer Salat war immer dabei. Gefühlt war immer eine Lammkeule dabei. Genau, Tzatziki und Tintenfisch. Okay, wir sind jetzt nicht so die großen Alkoholtrinker. Wir haben jetzt nicht da irgendwie so unheimlich viel trinkt. Es gibt halt immer noch eine Flasche Wasser oder so. Da haben wir vielleicht mal die Jungs einen Softdrink geholt oder wir mal ein Bier. Aber das war es dann auch. Also wir haben jetzt nicht Unmengen getrunken. Und dann fand ich das tatsächlich für eine vierköpfige Familie echt total fair. Und das ist auch so nett. Man setzt sich da hin, dann kommt schon mal die Wasserflasche gekühlt, dass du schon mal ein kaltes Wasser hast. Dann kommt das Brot, dann kommt dein Tzatziki und dann sitzt du da und es geht auch immer schnell. Ja, total schön. Ja, und wenn du mal so ein bisschen unter Leute kommen willst, dann gehst du halt dann, diese Straße, die ist ja quasi in zweiter Reihe, geht hier parallel zum Strand entlang. Und da sind halt dann so Geschäfte. Wir haben uns auch mal ein Eis geholt. Genau, kann man sich ein Eis holen. Das sind aber jetzt nicht so Tinnif-Geschäfte, sondern das sind ganz okaye Touristenläden. Da gibt es einen Supermarkt, den wir regelmäßig aufgesucht haben, um da Getränke zu kaufen. Ja, da haben wir mehrmals täglich. Dann gibt es aber auch eine Pizzeria, haben wir uns einmal, weil da war noch EM, da haben wir uns dann abends, wollten wir das Endspiel dann bei uns im Hotelzimmer sehen. Und haben uns dann vorher noch eine Pizza da geholt. Also da gibt es dann auch so ein paar Snackbars, wie ich es mal nennen, oder Sachen, die man mitnehmen kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und am Ende haben wir einfach diese Woche total genossen. Haben gesagt, also Tolo, super, dass wir manchmal ja einfach auch Glück hatten, dass wir da geleistet sind, weil es gibt auch zig andere Orte auf dem Peloponnes. Vielleicht sind die anderen ja auch so schön, wissen wir ja nicht, aber Tolo war schon außergewöhnlich. Und ich fand irgendwie schön diese Mischung. Also einerseits war es schon ein touristischer Ort, aber eben nicht so krass. Es war nicht überlaufen. Und es sind auch so Dinge passiert, wie ich saß vorm Supermarkt mit der Angel, ihr wart drin und habt irgendwie Wasser gekauft. Und dann kommt so ein älterer Herr mit seinem Moped angefahren und sieht mich da sitzen, hat mich irgendwie angesprochen, ob wir schon Fisch gefangen hätten. Und dann hatte er, weiß ich nicht, vielleicht Mitleid oder so. Und dann ging er zu seinem Roller und kam wieder mit vier Orangen, hat er mir geschenkt, aus seinem Garten. Und also wirklich, ich habe selten oder vielleicht, doch, ich wage sogar zu sagen, noch nie so leckere Orangen gegessen. Wir hatten in unserem Hotel, hatten wir eine Küche, die haben wir sonst eigentlich gar nicht genutzt, aber dafür war sie praktisch. Die hatte nämlich sogar nicht nur ein scharfes Messer, sondern auch eine Orangenpresse, haben wir uns ein Riesenglas Orangensaft rausgepresst und er war einfach unglaublich lecker. Und das fand ich irgendwie so nett, dass obwohl da Touristen sind, wir waren da ja nicht die einzigen Touristen, aber trotzdem, dass man solche Begegnungen irgendwie auch mit Einheimischen dort hatte, das war irgendwie total nett. Man denkt, das passiert sonst nur so in der Einsamkeit der Tage, dass da so ein Einheimischer vorbeikommt. Passiert auch in Tonung. Genau, vom Supermarkt. Ja, deswegen, wir hatten einfach ein gutes Gefühl, es war total sympathisch alles und dann hatten wir aber so ein bisschen Bammel, weil wir gesagt haben, okay, jetzt geht es weiter, jetzt fahren wir weiter in den Ort, den wir uns eigentlich ursprünglich zuerst ausgesucht hatten, der halt einsam liegt. Und da stand schon auf der Internetseite von der Unterkunft, es gibt wahrscheinlich nicht so gutes Internet. Da haben wir schon gedacht, okay, wie wollen wir uns den Jungs verkaufen? Am besten sagen wir erstmal gar nichts. Und es war eigentlich total schön, also es war dann am äußersten Finger, da sind wir erstmal hingefallen und haben gedacht, okay, hoffentlich kann das mit Tolo mithalten. Das ist ja oft so, also wenn man an einem Ort schon war und der war so toll und dann muss man irgendwie weiter, weil man da schon was gebucht hat und das war wirklich so schade, dass wir aus Tolo weg müssen. Wir hätten da gut noch ein paar Tage länger bleiben können und dann waren wir natürlich so ein bisschen zwiegespalten, so mal sehen, was der neue Ort kann. Als wir da angekommen sind, da war auch der erste Eindruck, dachte ich so, okay, das ist total schön, Petrochory heißt der Ort und das war wirklich, also ein kleines Dorf auf dem Berg. Man konnte aber auch zum Meer laufen, so zehn Minuten, es war nicht weit und das war so ein Ensemble von Bungalows im griechischen Stil, nur so ganz schön weiß getüncht, waren so ein bisschen in die Jahre gekommen, aber in so einem urigen Garten, also total schön mit Terrassen, mit Meerblick, alles total schön. Aber auch so ein bisschen einsam und es gab natürlich keinen Pool und eine Hängematte hing da und wir so, oh Gott, was machen wir denn jetzt hier den ganzen Tag, wie kriegen wir hier die Zeit um, was kann man denn hier machen? Also haben wir so, das war so der erste Gedanke. Genau, ich wollte es nochmal kurz sagen, also wir sind an Kalamata vorbeigefahren, das kennt man vielleicht, das ist so ein größerer Ort, der auch einen Flughafen hat, wo man auch hinfliegen kann, vielleicht ist er deswegen halt manchen Leuten bekannt. Und wir sind in die Region Messenien gefahren, also das ist am äußersten Finger und ja, wie du sagtest, also es gab noch, ich möchte es noch anmerken, es gab eine Dusche, eine Outdoor-Dusche, da konnte man sich immer abkühlen, das habe ich auch öfters mal am Tag gemacht. Ja, was ist jetzt auch nicht so eine Beschäftigung für den Tag. Keinen Pool und was aber toll war, es war halt einsam, aber du guckst es halt, unsere Terrasse, die gehörte so ins Hinterland, wir waren auf so einer Anhebung gewohnt und dann guckst du halt in so eine riesige grüne Ebene und es war halt trotz der Hitze einfach total grün. Ja, du bist halt die ganze Zeit durch so Plantagen gefahren, dann kommst du halt irgendwann an diesem Ort an, der war schon cool, aber halt eben einsam. Dann denkst du, okay, was machst du denn jetzt? Und ich wusste halt, wir haben das natürlich auch so ausgesucht, dass man halt zu Fuß zum Meer gehen konnte, weil wir setzen uns ja nicht irgendwo in die Einsamkeit hin und sagen, okay, jetzt sitzen wir hier bei 30 Grad und warten, dass die Sonne untergeht. Also man konnte da zu Fuß zum Meer gehen, es war ein schöner Strand mit so einer Beachbar oder so einem Club, da konnte man sich halt dann liegen leihen. Das hat mich halt vorher vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass es doch sehr notwendig ist, dass man vielleicht eine Liege mit Sonnenschirm holt, weil es doch einfach total gebraten hat. Das hat dann manchmal so fünf Euro gekostet am Tag. Ja, oder acht. Und wir sind dann, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten sind wir zum Strand gelaufen und das war so der, sag ich mal in Anführungsstrichen, der Hausstrand direkt vor unserer Tür. Ja, aber über den haben sich die Jungs so ein bisschen beklagt, die mochten den nicht so gerne, weil im Wasser manchmal so ein paar kleine Felsen waren. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, man konnte da auch drüber hinweg schwimmen, aber das war ihnen irgendwie, keine Ahnung, unheimlich oder hat sie irgendwie gestört, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mochten sie den nicht so gerne. Wir haben es dann manchmal so gemacht, dass Anni und ich morgens schon mal zum Strand kurz gegangen sind, ein bisschen geschwommen sind, da ein bisschen auf den Liegen lagen, ein bisschen gelesen haben und die Jungs bei uns in der Unterkunft geblieben sind. Und am Nachmittag haben wir dann das Auto genommen und sind nochmal zu einem anderen Strand gefahren. Da gab es nämlich ganz, ganz tolle andere Strände in der Nähe, da musste man, also man hätte auch hinlaufen können. Ich habe es auch einmal mit Mathe gemacht, aber bei der Hitze kam man dann doch etwas sehr durchschwitzt da an, es war einfach zu warm. Und die Straßen sind jetzt auch nicht so auf Fußgänger ausgerichtet. Also mit dem Auto sind wir da fünf oder zehn Minuten hingefahren. Und der eine Strand ist ein sehr besonderer Strand, weil da so lagunenartig ist. Also der ist sozusagen rund und das ist der Voidokilia-Strand. Die Jungs haben ihn immer liebevoll Fokuhila-Strand genannt, so haben sie sich das irgendwie gemerkt. Und bei diesem, in Anführungszeichen, Fokuhila-Strand waren wir auch jeden Tag. Genau, das ist wirklich, also das ist auch so ein totales Traumpostkarten-Motiv, weil halt eben, wie du gesagt hast, so rund ist. Und nach vorne gibt es halt eine Öffnung zum Meer und sonst in den Klingsenrechts halt Berge oder Hügel. Und auf dem einen Hügel ist oben so eine antike Ruine und auf der anderen Seite ist auf halber Strecke eine Höhle und da oben drauf nochmal so eine Burgruine. Und hinter diesem Strand, also der Strand ist dann quasi nach hinten hin. Also eine Dünenlandschaft. Und so eine Dünenlandschaft. Und das ist aber gar nicht so breit, weil dann kommt auch so ein Binnensee, wie so eine Lagune. Und das ist so ein Vogelparadies, weil da halt unheimlich viele Vögel nisten und die konnte man dann sehen. Also das ist dann so ein... Es soll dort sogar auch Chamäleons geben. Wir haben sie gesucht, aber leider nicht gefunden. Also falls ihr mal hinfahrt und eins findet, macht bitte ein Foto und schickt es uns. Und dann gab es hinter der Lagune wieder den nächsten Strand, der halt dann wieder zu der nächsten Bucht ging. Der war richtig breit, das war der Glyphia-Strand. Und der war auch unheimlich toll. Und da hat man einfach so aus diesen Möglichkeiten haben wir uns dann jeden Tag so unsere Strand-Combi gemixt. Die Navarone-Bucht hieß die, ne? Die Navarone-Bucht, genau. Und der Strand hieß... Ja, also total schön. Und wir konnten am Ende uns gar nicht so richtig entscheiden, weil wir sind dann auch zu diesem anderen Strand gefahren. Der ist einfach unheimlich lang gezogen. Und das war wirklich... Also es ist alles naturbelassen. Da sind keine Orte. Und dann kannst du ja irgendwo in den Dünen parken. Und dann gehst du halt so ein paar Meter an den Strand. Und dann waren aber auch links und rechts, weiß ich nicht, die waren 20, 30 Meter zu beiden Seiten. Da saßt man wie die nächsten Leute. Das war total überschaubar. Es waren Menschen da, aber überhaupt nicht voll. Du hast wirklich, ich meine, links und rechts 20, 30 Meter. Vor allem solche Traumstrände, ne? Und dann lagen wir da. Es waren halt teilweise Palmen oder schöne Bäume. Dann weißer Strand, turkisfarbenes Wasser. Die Sonne hat geschienen, der Himmel war blau. Da dachtest du dir, du musst ja gar nicht hier irgendwie in die Tropen fahren, in die Karibik. Oder irgendwie nach Asien. Das ist hier ein total geiler Strand. Und wir sind hier fast, also ganz einsam alleine. Und wir haben es einfach ins Wasser gelegt und die Zeit genossen. Ja, und zum Schwimmen war das auch perfekt. Also da in der Navarone-Bucht, das ist wirklich kilometerlang der Strand. Und das ist so ein bisschen, weil das so geschützt ist durch diese Bucht, ist das so ein bisschen Ostseemäßig. Da ist wirklich keine Welle. Also es ist total ruhig, das Wasser. Und das finde ich da auch so schön, dass man so die Wahl hat. Man kann, also da das ja dieser äußere Finger ist zum Meer hin, also unser in Anführungszeichen Hausstrand. Da waren schon so ein bisschen Wellen. Das war eher so ein bisschen aufgewühlter. Dann gab es diesen Strand, der so total glattes Wasser zum Schwimmen perfekt war. Dann gab es den Voidokilia-Strand, wo dann durch diese Öffnung zum Meer auch manchmal Wellen reinkamen. Je nach Tageszeit war das so ein bisschen unterschiedlich. Und durch diese Dünen drumherum, das war für die Jungs auch toll, weil dann konnten die manchmal von den Dünen so runterrennen ins Wasser. Auf der einen Seite ging das. Das war dann auch nochmal so ein bisschen Highlight. Und da haben wir auch einen kleinen, naja, in Anführungszeichen Ausflug mal gemacht, dass wir zu dieser Höhle, von der Andi eben erzählte, die so auf halber Höhe war, mal hochgewandert sind. Das war auch ein bisschen anstrengend, aber es ging. Es war jetzt nicht eine krasse Wanderung, sondern ein halbstündiger Spaziergang oder noch nicht mal. Es war anstrengend. Wir haben es extra am späten Nachmittag oder frühen Abend gemacht, so als die Sonne schon gedämmert ist, weil es ist einfach wegen der Hitze. Das war das Ding. Und dann ist das eine große Höhle, ich weiß nicht, so zehn Meter hoch, diese Öffnung. Und es ist halt toll, wenn du da drin stehst und guckst quasi aus der Höhle raus und siehst dahinter diesen kreisförmigen Voidokilia Beach und die Lagune dahinter. Also es war schon nicht verkehrt. Das ist eine ganz tolle Landschaft. Also ihr könnt ja gerne mal bei Instagram bei uns vorbeigucken, Travelisto-Reiseblog oder auf www.travelisto.net. Da könnt ihr euch mal die Bilder und die Videos und alles anschauen. Also es ist schon sehr beeindruckend, dieser Strand. Ja, und man denkt, weil der so, der hat auch irgendwelche Preise als einer der zehn schönsten Strände der Welt oder irgendwie sowas. Und dann denkt man ja immer, oh, das wird dann sehr voll da sein, total überlaufen. Gar nicht. Also da sind zwar Leute, aber es war nie so, dass man da jetzt irgendwie das sich so geknubbelt hätte oder dass man da keinen Platz am Strand gefunden hätte, überhaupt nicht. Was ich noch loswerden will, wenn ihr an den Strand fahrt, kauft euch auf jeden Fall einen Sonnenschirm. Also ohne Sonnenschirm und ohne Schatten könnt ihr das nicht aushalten. Am Anfang hatten wir nämlich keinen und dann sind wir immer hingefahren ins Wasser. Und wenn wir rausgekommen sind, dann haben wir uns irgendwie zwei Minuten getrocknet und dann war es schon wieder so heiß, dass wir wieder fahren mussten oder wieder ins Wasser mussten. Das ist einfach zu heiß. Das geht nicht. Ich wollte nur sagen, man darf sich nicht abschrecken, dass wenn man ankommt, ist da so ein Parkplatz so zwischen den Dünen und da sind natürlich Autos. Dann denkst du, ui, das sieht hier aber voll aus. Und dann gehst du da hin und dann verteilst du das total und gerade auch so gegen Nachmittag gehen die meisten Leute weg und also es war auch total überschaubar. Also für so einen Traumstrand war da fast gar nichts los. Und wie gesagt, auch in dem anderen Strand nicht. Ja, und an dem anderen Strand in der Navarone Bucht, also da fuhr man jetzt minimal länger hin, zehn Minuten ungefähr von unserer Unterkunft. Da gab es auch ein sehr besonderes Highlight. Das haben uns zum Glück eine andere Familie, die wir dort getroffen haben, erzählt. Wir hatten das gar nicht gesehen, weil wir nicht genau an diesem Strandabschnitt waren. Da gibt es ein versunkenes Schiff. Ein Schiffswrack. Schiffswrack. Das kann man sogar bei Google Maps sehen. Und zwar ist das so nah am Strand, dass das Wasser da nur knietief ist auf der Vorderseite. Und man kann sozusagen drumrum gehen und drumrum schwimmen. Man kann auch drüber schwimmen. Und wenn man ganz mutig ist, auch so ein bisschen reinschwimmen. Und das hat so ein bisschen was Spookiges, dieses Schiffswrack. Da sind natürlich ganz viele Fische drumherum. Das ist einfach, das fanden die Jungs auch ganz toll. Die wollten dann immer noch so, können wir noch mal zum Schiffswrack? Ja, okay. Und dann waren wir da ganz oft. Das war einfach noch mal was Besonderes. Ja, aber man konnte generell super schnorcheln, auch in der Voidokilia-Bucht. Aber da haben wir auch ganz viele bunte Fische, die sind auch mal rochen. Aber das war natürlich das Schiffswrack. Das ist ja was ganz Besonderes. Ja, das war schon cool. Das war schon sehr cool. Und weil es halt auch eben so gut zugänglich war, war es einfach, da sind wir glaube ich auch dann jeden Tag immer mal vorbeigeschnorchelt. Und dann hast du auch irgendwann so ein bisschen die Scheu verloren. Weil am Anfang, gerade die Jungs hatten dann gesagt, hör, ne, was du sagst, so, ne. Aber irgendwann sind wir einfach drauf los und haben das Schiffswrack erkundet. Das war ein richtiges Highlight. Ja, also ihr merkt schon, unsere Sorge, was sollen wir diese zehn Tage hier machen, war wirklich unbegründet. Also auch dort gingen die zehn Tage schnell rum. Auch dort hatten wir ein Lieblingsrestaurant. Das war so eine Taverne direkt an unserem Hausstrand mit so einer Terrasse mit Blick aufs Meer. Und das war eben die Westseite. Also man konnte dann den Sonnenuntergang sehen. Wunderschön. Und das war auch so ein total relaxter Ort, wie eigentlich überall in Griechenland. Man muss nicht reservieren, man geht da einfach hin. Das Essen geht schnell, ist total lecker. Man kriegt noch einen Nachtisch hinterher, wird einem einfach gebracht, ein Stück Melone oder so ein Baklava. Total nett. Und da waren wir auch fast jeden Abend. Aber das ist der Vorteil, wenn man da regelmäßig hinkommt. Die Leute kennen einen, die freuen sich. Das haben wir nicht deswegen gemacht. Aber als wir uns dann zum Beispiel am Ende verabschiedet haben, haben wir uns dann mal jedem so ein Stück Kuchen gegeben und so weiter. Also das war richtig gemütlich. Es gibt aber auch im Ort selber ein total schönes Restaurant. Da ist so eine Terrasse, auch wieder so auf halber Strecke am Hang, mit Blick auf die Ebene. Und unter so einem Dach aus Weinblättern, also Weinranken, das sah auch total schön aus. Da war einmal, da hat er gerade eine Band, ist dann gespielt, fand ich jetzt so ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, weil die gerade so einen Soundcheck gemacht hatten. Und wir haben da gegessen. Ja, das ist, ja. Wir waren wahrscheinlich zu früh. Das ist einfach total urig. Es gibt auch ein kleines Lädchen in dem Ort. Wir sind meistens zu etwas größeren Läden in die Nachbarorte gefahren, weil wir uns manchmal auch selbst versorgt haben. Also zumindest mittags haben wir dann oft die Zutaten gekauft für griechischen Salat, manchmal noch so ein paar Nudeln dazu gemacht. Aber meistens, ich meine, bei so einer Hitze hat man ja jetzt auch eh nicht so Riesenhunger, hat es auch gereicht, dass wir einen griechischen Salat einen großen gemacht haben und dann noch so eine Wassermelone dazu und das war es dann. In den umliegenden Orten gibt es halt immer so ganz kleine Lädchen, da kriegt man so die Grundnahrungsmittel. Und wir sind dann einmal nach Pylos gefahren, da gibt es dann zwei größere Supermärkte. Und Pylos an sich, das ist eigentlich so eine 20-minütig, halbestundige Fahrt, ist ein sehr schöner Ort direkt am Meer, am Hügel, so ein schöner Hafen, gibt es einen Platz, wo man sich so unter die Bäume setzen kann, da gibt es Cafés. Also ein sehr schöner Ort, wenn man mal so ein bisschen Tapetenwechsel haben will, um da auch mal so ein bisschen zu planieren. Wir hatten irgendwie angesichts der Hitze gar nicht so Lust dazu. Also wir waren dann nur zum Einkaufen da einmal so durchgelaufen. Wir haben uns aber mal gedacht, wir haben gelesen, es gibt da so einige Wasserfälle in der Umgebung und dachten, okay, das ist ja jetzt mal die Gelegenheit, weil wenn man so ein bisschen ins Landesinnere fährt, da gibt es halt Wälder. Und wenn man dann durch die Wälder geht, dann ist man ja so ein bisschen sonnengeschüttet, dann ist es nicht ganz so heiß und dann kann man mal diese Wasserfälle anschauen. Wir haben extra bei unserer Vermieterin mal nachgefragt, ob es denn lohnenswert ist, da jetzt zu dieser Jahreszeit im Hochsommer diesen Wasserfall anzugucken. Und er meinte, ja, ja, auf jeden Fall, der führt auf jeden Fall auch Wasser, weil wir haben auch schon oftmals Wasserfälle vermeintlich besucht, wo dann relativ wenig Wasser war. Und ja, und dann sind wir halt dann da hingefahren, war so ein etwas abenteuerlicher Weg, wenn man da so links von der Hauptstraße abbiegt, dann ging es so über Huppelpisten irgendwo. Ja, und wir hatten auch irgendwo gelesen, Vorsicht, Mietwagen, wird da manchmal eingebrochen und da waren dann auch tatsächlich so ein paar Glasscherben, können wir den Wagen hier stehen lassen oder nicht? Also das war, ist ja wirklich am Hinterteil der Welt, Klasse geparkt und dann, da war halt nichts. Und dann findige, ich weiß gar nicht, sind es findige, pfiffige oder kriminelle Menschen wissen dann genau, da können sie was holen. Ja, vor allem, man parkt da ja nur, um zu dem Wasserfall zu gehen und wenn da niemand im Auto ist, weißt du ja, der ist jetzt erstmal eine Stunde beim Wasserfall mindestens. Und dann sind wir dann diesen schmalen Pfad langgegangen, der führte irgendwo so zwischen die Bäume und das war wirklich, das war wie so ein Regenwald, wie so ein Urwald. Das fand ich total cool. Also die so eine viertelstündige Wanderung. Ding so rauf und runter. Ja, aber du hast immer so im Hintergrund so ein bisschen mal rauschen gedacht, okay, da muss irgendwo der Wasserfall auf Wasser fließen. Es war total grün, waren auch total so riesige Bambuspflanzen. Also es sah richtig, fand ich sehr cool aus. Dann kamen wir dann am Wasserfall an und man sah, da muss der Wasserfall sein. Also es war so ein moosbewachsener Felsen und unter diesem Felsen war ein kleines Bassin. Ein Tümpel. Ja, das Wasser war so ein bisschen abgestanden. Überall Mücken. Ja, also es war jetzt also nicht so die gute Idee und der Wasserfall führte halt einfach, oder der Fluss führte kein Wasser. Der Wasserfall war halt zu dieser Jahreszeit einfach nicht vorhanden, weil wir auch gerade so eine Hitzewelle hatten. Vielleicht lag es daran, weil man konnte ahnen, dass das ein sehr schöner sein musste. Trotz allem fand ich, es war ein cooler Ausflug, weil es so grün war und so ein Kontrastprogramm. Aber die Jungs waren halt total enttäuscht, weil wir haben natürlich gedacht, okay, dann kannst du dich da unter den Wasserfall stellen. Das Wasser lud nicht zum Reingehen ein. Ich habe auch gedacht, das steht hier schon lange bei der Hitze und wer weiß, was da für Bakterien drin sind. Da war irgendwie so eine Familie, wo die Mutter da splitterfasernackt in diesem widerlichen Wasser stand. Und ich dachte so, oh Gott, was trägt die jetzt mit sich davon? Also ich fand das wirklich richtig ekelhaft. Wir sind so schnell weg hier. Musst du das sagen. Ich meine, du springst ja sonst so gefühlt in jedes Gewässer. Ja, aber nicht in so einen dreckigen Tümpel. Also das war dann nicht besonders einladen. Da sind wir lieber wieder zum Meer gefahren. Ja. Aber der Weg war schön. Ja, der Weg war schön. Das ist ja manchmal auch das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Was auch schön war, ich möchte es nochmal erwähnen. Wir hatten ein paar Haustiere in Anführungsstrichen in unserer Unterkunft, weil wie Jenny ja eben gesagt hatte, es war so ein schöner Garten. Und da lebten ein paar Landschilgurten, griechische Landschilgurten. Und die kamen gerne mal morgens vorbei und haben Hallo gesagt. Ja, die mögen auch gerne Gurkenscheiben und haben die auch aus der Hand sich immer so Stückchen abgerissen. Und die sind ja so putzig mit ihren Krallen, haben sich dann so festgehalten und so abgebissen. Und das war ein, keine Ahnung, ob es die Mutter war. Ich weiß nicht, wie man das Geschlecht von Schildkröten erhebt. Auf jeden Fall ein größeres Tier und zwei kleinere. Und manchmal hat man sie nicht gesehen. Dann hatten sie sich wohl so eingegraben. Und dann kamen sie wieder und man hörte plötzlich so ein Rascheln. Da war so zwischen zwei Bäumen eine Hängematte, da lagen wir oft drin. Und dann hörst du plötzlich neben dir so, liest dein Buch, dann so Raschel, Raschel. Und dann so, ah, da kommt ja wieder eine. Und dann haben wir die gefüttert. Das war wirklich total niedlich. Ja, bei uns gab es ja immer frische Gurke und das kam sehr gut an. Ja, wir hatten die ja für den griechischen Salat, hatten wir ja genug Gurken vorrätig. Und konnten diese postierlichen Tierchen mitfüttern. Und die Sorge, dass wir nach einer Woche Tolo da so ein bisschen in der Einsamkeit und in der Tristesse der Einsamkeit versinken, war total unberechtigt. Und am Ende hat man sogar gesagt, oh wow, es sind die zehn Tage vergangen. Wir wollten ja noch das und das machen. Und dann war es plötzlich vorbei. Und dann, oh, wir haben die Zeit doch irgendwie rumgekriegt. Wir haben auch viel gelesen, entspannt und einfach mal die Zeit genossen, ohne jetzt so ein taffes Programm zu haben. Das tat echt mal ganz gut. Und dann sind wir ja am Tag ausgecheckt, am Tag der Abreise. Abends ging der Flug von Athen aus. Man fährt so zweieinhalb, drei Stunden wieder zurück, weil es war ja noch weiter im Westen. Also der Weg zurück war noch ein bisschen weiter bis Athen. Aber wir hatten ja den ganzen Tag Zeit und die Straßen auch gut ausgebaut. Die meiste Zeit ist die Autobahn. Das ist überhaupt nicht voll. Seltsamerweise muss man halt da immer Mautgebühr zahlen, was jetzt nicht so seltsam ist. Aber gefühlt alle zehn Minuten kam halt so eine Station. Aber dafür muss man auch immer nur einen Euro. Genau, aber dann hat es am Ende vielleicht erst mal acht Euro gekostet, so die Fahrt bis Athen. Also es war überschaubar. Und dann haben wir nochmal einen Stopp eingelegt in Korinth. Denn da gibt es diesen berühmten Kanal von Korinth. Der wurde vor, weiß ich nicht, 100, 150 Jahren gebaut, um halt einfach für die Schiffe eine Abkürzung zu bauen. Und ja, der sieht irre aus. Ja, und da gibt es eine Abzweigung zur Altenstraße von Korinth. Mittlerweile führt die Autobahn woanders lang. Und wenn man da rausfährt, kann man so einen kleinen Abstecher, so einen kleinen Mini-Ausflug machen. Und einmal auf einer Brücke über diesen total schmalen und sehr, sehr tiefen Kanal von Korinth drüber gehen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also man muss sich ja vorstellen, das ist ein Felsplateau. Und die haben quasi da so eine Schneise reingeschlagen. Und es geht, ich weiß nicht, wie hoch ist das denn, 100 Meter? So geht es halt der Felsen steil runter und da ist dann unten diese Fahrrinne. Und du siehst halt dann einfach zur einen und zur anderen Seite jeweils das Meer. Und dann ist es wirklich total, stahl geht es runter. Und da fahren dann heute nur noch kleine Schiffe, weil die Schiffe einfach zu groß geworden sind. Meistens so Yachten, so Privatjachten, die halt dann da langfahren. Die fahren wahrscheinlich auch extra nur da lang, um da einmal durchzufahren. Ich glaube, das ist wirklich ein Erlebnis, weil der auch so schmal ist. Der ist ja nur sieben Meter breit oder so. Das ist ja total schmal. Was ihr da auch machen könnt, wir haben es nicht ausprobiert. Also ich würde mich auch niemals trauen. Ich gebe es zu. Man kann da einen Bungee Jumping Sprung machen. Wir haben auch zugeguckt, wie andere das gemacht haben. Ich fand es super gruselig schon vom Zugucken. Vor allem, weil das auch noch so schmal war und so eng und dann da runter. Also ich glaube, wenn man da einmal hängt und dann da so schaukelt, ist es bestimmt ganz schön. Das würde mir auch Spaß machen. Aber dieser Sprung, Horror. Auch schon zum Zugucken fand ich das echt Horror. Aber es waren einige mutige und waghalsige Menschen, die haben sich da für einen Sprung angemeldet. Und dann gibt es aber auch so eine Plattform, wo sich dann alle anderen hinstellen können und dann genüsslich zugeguckt haben und gesagt, hua, ne? Genüsslich? Also ich hatte schon Schweißausbrüche nur vom Zugucken. Aber es war ja ganz nett, weil wir dann wieder unterwegs diesen Stopp gemacht haben. Dann war es auch nicht mehr weit bis nach Athen, wo wir dann unseren Mietwagen abgegeben haben. Um dann wieder entspannt abends zurück nach Deutschland zu fliegen. Ja. Bevor wir dazu kommen, wollte ich noch eine Sache nachschieben. Und zwar, falls ihr euch gefragt habt. Wir hatten ja bei Tolo erzählt, da hatten wir ein Hotel mit Klimaanlage. Die haben wir auch manchmal genutzt, um zum Beispiel nachts oder vorm Einschlaf noch mal ein bisschen runter zu kühlen, weil es wirklich so heiß war, dass es sich auch nachts nicht abgekühlt hat. Ich war am Anfang so naiv zu glauben, so ja, wir machen einfach die Balkontüren auf. Da kommt da bestimmt so eine frische Brise irgendwann rein. Das stimmte leider nicht. Also es war draußen fast noch wärmer als drinnen. Und in der zweiten Unterkunft, da hatten wir keine Klimaanlage und haben dann erst gedacht, so uh, mal gucken, wie wird es da. Da war es, weil das eben am offenen Meer lag, noch ein bisschen kühler. Also da war nicht 37 Grad, sondern Anführungszeichen nur so 35 oder manchmal auch nur 32. Richtig frisch. Und nachts hat sich da aber wirklich ein bisschen abgekühlt. Da kam dann so über diese Ebene so ein bisschen Wind rein und wir hatten Ventilatoren, die sehr viel gebracht haben. Und die Jungs haben es auch so gemacht, dass sie jeweils einmal auf dieser Terrasse, da hatten wir liegen, haben sie ihre Matratzen draufgelegt und haben mal auf der Terrasse geschlafen. Das war auch total schön. Wir haben es jetzt nicht selbst ausprobiert, aber den Jungs hat es gefallen. Und nachts, das war total schön, hat man dann so, ähm, Koyoten, äh, ne, ich sag, ich sag immer Koyoten, ne, es sind Koyoten, ne? Ich verwechsel immer Koyoten und... Schakale. Schakale. Ne, es waren Schakale. Schakale. Boah, jedes Mal verwechselt. Koyoten sehen in Nordamerika und es waren Schakale. Genau, es waren Schakale, so rum. Und die heulen wie Koyoten und die hört man nachts. Und, äh, das war ihnen aber, glaube ich, so ein bisschen unheimlich, ne? Die sind zwar weit weg, aber man hört ja so, uh, 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 hört man die nachts. Ja, das war, kann ja aus Kroatien, ne? Ja, ja, genau. Irgendwie immer, wenn du dann da in der Dunkelheit plötzlich dieses Geheule, ne, hörst, das ist schon irgendwie abgefahren, ja, genau. So, ja, das wollte ich noch kurz nachschieben und, ja, jetzt könnten wir positiv enden mit unserer Story oder wir verlieren noch ein Wort über unsere Rückreise. Was meinst du, Andi? Ja, also Griechenland und Peloponnes waren natürlich super. Ja. Und dann bist du halt zweieinhalb Wochen total entspannt, ja, kommst du wieder zurück und willst jetzt einfach nur nach Hause fliegen. Und dann kann man halt auch mal Pech haben und dann wird es halt unschön. Dann hast du dann gefühlt, ist dann die ganze Erholung weg, weil die Fluggesellschaft alles vermasselt, was man vermasseln kann und dann irgendwo am Flughafen endet. Ja, also wir fassen es kurz, sonst regen wir uns wieder zu sehr auf. Wir sind in Athen gestrandet. Der Rückflug hat statt, wenn es ein Direktflug gewesen wäre, hätte es vielleicht drei Stunden gedauert. Wir waren 30 Stunden unterwegs. Wir sind dann irgendwann angekommen, auch nicht in Köln, sondern in Düsseldorf. Wir haben die Nacht am Flughafen in Athen verbracht. Nicht im Hotel, falls ihr das meint, sondern auf dem Steinboden des Flughafens, nicht im Sicherheitsbereich. Da hätte man noch ein gemütlicheres Plätzchen gefunden, sondern außerhalb der Sicherheitskontrolle mit unserem Gepäck, was wir vorher wieder, nachdem der Flieger nicht gestartet ist, abholen mussten. Und da lagen wir wirklich wie so Obdachlose auf unseren Handtüchern mit den Wertsachen fest umklammert und haben da versucht, ein bisschen Ruhe zu finden. Den Kindern ist es besser geglückt als uns. Und das war schon echt, ja, das war schon sehr grenzwertig. Das war wirklich heftig. Sehr ernüchternd. So, wie kommen wir jetzt aus dieser miesen Stimmung wieder raus in das schöne Urlaubsgefühl von Tolo und Petrochorim? Ganz einfach, indem wir uns wieder daran erinnern und sagen, also es ist wirklich eine super Alternative zu den Inseln, weil ich kenne unheimlich viele Menschen, die immer auf die griechischen Inseln fahren. Und Peloponnese ist einfach traumhaft. Es gibt noch so viel zu entdecken da. Und es ist eben ein Ziel für den Sommer, wie gesagt, wenn man die Hitze ab kann, wenn man Badeürop machen will, wenn man vor Ort sein will und einfach entspannen will. Oder Herbst oder Frühjahr, wenn man ein bisschen wandern will. Da ist eine wunderschöne Natur, Wasserfälle, Berge. Es gibt auch ganz viele antike Städte. Also richtig toll. Ich würde sagen, also das war nicht das letzte Mal, dass wir da waren. Auf keinen Fall. Und ich glaube, ihr habt auch mitbekommen, es ist erschwinglich. Reisen ist ja unglaublich teuer geworden. Die Preise waren wirklich fair, also auch als Familie. Das war wirklich okay. Da gibt es noch Unterkünfte, die wirklich bezahlbar sind. Das Essen auch. Und es ist einfach total lecker, schön und entspannt. Und auch unseren Jungs, das vielleicht nochmal als Schlusswort, hat es auch total gut gefallen. Also die haben wirklich ihr Ziel, da einfach nur zu entspannen und wirklich einen Strandurlaub zu machen, ohne Programm, an einem Ort, beziehungsweise an zweien, ist auch für die beiden total gut aufgegangen, haben sie gesagt. Ja. Und insgesamt fand ich die Atmosphäre einfach nett. Die Griechen waren total nett. Total nett. Und war einfach eine schöne, runde Sache. Entspannt. Genau, entspannt. Und wie gesagt, es war nicht das letzte Mal. Also Peloponnese, da werden wir sicherlich noch die ein oder anderen Ziele ansteuern in den nächsten Jahren. Bestimmt, ja. Genau. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren. Dann könnt ihr nämlich bei Spotify oder Apple das Ganze hier unseren Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr in Zukunft auch keine der weiteren Episoden, wenn es wieder irgendwo hingeht in Europa oder sonst irgendwo hin in die Welt oder in Deutschland oder was weiß ich. Ich spoiler schon so ein bisschen. Wir sind ja in diese Folge gestartet mit, wir wollten eigentlich nach Sardinien. Ah ja. Hört mal rein, vielleicht landen wir dort bald. Demnächst. Demnächst. Wer weiß. Wer weiß. Könnte sein. Also, in diesem Sinne, viele Grüße aus den Erinnerungen von Griechenland und bis bald. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.